Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Niederlande – Leistungsstopp für abgewiesene Asylbewerber angekündigt In den Niederlanden soll eine neue Regelung in Kraft treten, die den Leistungsbezug für abgewiesene Asylbewerber stark einschränkt. Diese Entscheidung wurde am vergangenen Mittwoch von der Regierungskoalition bekannt gegeben und sorgt für breite Diskussionen innerhalb der politischen Landschaft und der Gesellschaft. Diese Maßnahme wird die finanzielle Unterstützung für Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, erheblich reduzieren. Die Initiative wird als ein Schritt zur Verschärfung der Migrationspolitik gewertet, die darauf abzielt, abgelehnte Asylbewerber zur Rückkehr in ihr Heimatland zu bewegen. Die niederländische Regierung argumentiert, dass der Leistungsstopp notwendig sei, um Anreize für einen schnelleren Rückkehrprozess zu schaffen. Der Regierungsvertreter erklärte, dass der aktuelle Zustand zu einer zunehmenden Überbelastung von sozialen Einrichtungen geführt habe. Die Zahl der abgelehnten Asylbewerber, die in den Niederlanden geblieben sind, sei in den letzten Jahren angestiegen, was die Behörden vor Herausforderungen stelle. Um dem entgegenzuwirken, plant man, abgelehnten Asylbewerbern die Sozialhilfen zu entziehen, sobald ihre Ansprüche rechtlich endgültig abgelehnt wurden. Allerdings stehen dieser Entscheidung zahlreiche Kritiker gegenüber, die auf die menschenrechtlichen Implikationen hinweisen. Menschenrechtsaktivisten fordern, dass abgewiesene Asylbewerber Zugang zu grundlegenden Unterstützungsleistungen wie Unterkunft, Nahrung und medizinischer Versorgung behalten sollten. Diese Perspektive wird von verschiedenen Organisationen unterstützt, die argumentieren, dass der Leistungsstopp negative Auswirkungen auf die ohnehin schon vulnerablen Gruppen haben könnte. Ein Sprecher einer Menschenrechtsorganisation äußerte, dass das Wohl der Menschen, auch derjenigen mit abgelehnten Asylanträgen, nicht aus den Augen verloren werden darf. Die Lage der Flüchtlinge in Europa stellt die Regierungen vor komplexe Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wird die niederländische Entscheidung als Teil eines größeren Trends in der EU betrachtet, der auf eine restriktivere Migrationspolitik abzielt. In verschiedenen Mitgliedstaaten, darunter Deutschland und Frankreich, gibt es ähnliche Bestrebungen, die Zahl der Migranten und Asylbewerber zu verringern und abgelehnte Asylbewerber zur Rückkehr zu bewegen. Diese Bestrebungen, so stellten einige Regierungsvertreter fest, seien notwendig, um die Integrationsfähigkeit der bestehenden Gesellschaften nicht zu überfordern und um ein Gefühl der Sicherheit unter den Bürgern zu gewährleisten. Die Debatte um diese Maßnahmen wirft auch eine Reihe von Fragen bezüglich der langfristigen Integrationspolitik auf. Experten warnen davor, dass eine Verschärfung der Regelungen möglicherweise die soziale Kohäsion gefährden könnte. Sie plädieren dafür, dass auf eine abgewogene Politik gesetzt wird, die sowohl humanitäre Aspekte als auch die Notwendigkeit der Kontrolle von Migration berücksichtigt. Ein Sozialwissenschaftler unterstrich, dass es essentiell sei, den Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, mit Menschlichkeit zu begegnen. Die Reaktionen auf die angekündigte Regelung variieren stark und sind von politischem Standpunkt und persönlicher Überzeugung geprägt. In den kommenden Wochen wird erwartet, dass das Thema in den politischen Debatten intensiver behandelt wird. Auch die Öffentlichkeit dürfte die Auswirkungen dieser Veränderung genau verfolgen, da sie nicht nur die Lebensumstände der betroffenen Personen beeinflussen, sondern auch das Bild der Niederlande in der internationalen Flüchtlingspolitik prägen können. Für die iranischen, syrischen und afghanischen Flüchtlinge in den Niederlanden könnte diese Regelung weitreichende Folgen haben, da viele unter den abgelehnten Asylbewerbern sind. Die Regierung hat bereits angekündigt, dass sie ihre Strukturen zur Unterstützung der Rückkehr von abgelehnten Asylbewerbern verstärken will. Die Diskussion über die humanitären Aspekte dieser Entscheidungen wird in den kommenden Monaten weiterhin von Bedeutung sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die niederländische Regierung mit der Einführung eines Leistungsstopps für abgewiesene Asylbewerber einen umstrittenen Schritt unternimmt, der sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft verschiedene Reaktionen hervorruft. Dieses Thema wird in der nächsten Zeit im Fokus der Berichterstattung bleiben. Autor Anita Farke, Mittwoch, 4. September 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.